Es gibt Geschichten bzw. Märchen, die sind sehr schön. Das ist mein Lieblingsmärchen, weil viele Märchen, fast alle Märchen, die enden so, dass ein armes Mädchen trifft, einen Prinz. Und in diesen Märchen aus dem 16. Jahrhundert, es gibt ein Mädchen, die ist versprochen an einen Prinz und sie muss ihn heiraten. So bekommt sie eine Corona, eine Krone, sie wird Prinzessin, aber sie will keine Prinzessin werden. Sie ist verliebt in ein armes Schwein. Und eines Tages geht sie am Marktplatz und fängt an, unverschämt laut zu schreien, dass sie verzichtet auf diese Corona, auf diesen Prinz, dass will sie das ganze Abend gar nicht haben. Sie will einfach nur an ihrer große Liebe treu bleiben. Die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, Vorab Sobre Uncavade D'oro 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 Doro 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 Säli-Mei, Filäschi, rei Berguna Ah, ah Cu-n Fätsöläntö-Märö, Chiladrii Mama Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Musik 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 Musik